die 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 in meinem Projekt bei Schicklin ja wir nehmen auf was sind die auf Minecraft Bauer ich muss ihn mit aufnehmen, du kannst auch einfach so spielen ja, mach du ja so einfach auf den Server ich will nicht gehen der erste Schild mit Stilten die und die Traumdrucke mit und für ein einfallsreicher Name manche nennen es auch Gubel nach Schicklose Alter bis jetzt schon auf den Picks bin das ist ja als ich mir diese Bombs vorher angeschaut habe ich habe Aggressionen gegen dich das kann ich ich kann ich kann ich in allem mit zwei Worten auf die Peile bringen es war nach Shiki Na Shiki Welche Version? 1.8 1.8 Kann sie gleich für Maiwo üben Ich spiele schon, ich spiele die letzte Zeit nur noch auf 1.8, aber scheiße ist das Forge dafür noch in der Beta ist ich weiß nicht wie lange die 1.8 schon draußen ist, aber ich glaube so lange das Forge eigentlich schon in der nächsten Version sein müsste lauter Theorie aber naja Kohle gefunden Kannst du gleich mal hoch bringen, ich bin gleich pleite Kannst dir unten abholen, ich will auch nicht, dass ich das Not Crash Report Ich glaube ich muss einen Mod rausziehen Roaming, Minecraft Mot Lucky Block Shader die waren noch vorher schon drin Hä? Wieso? Was halt? Ja man Ich bin natürlich nur so Ich muss eben zwei rausziehen Ich wollte das nicht machen, das wäre ein Quatsch Kannst du mir ein Wasser einfach mit mein Shiki Ich bin noch nicht los Ich mach grad Fackeln Ich mach grad Fackeln Ich mach grad Fackeln und Wasser einfach mit Ich hab mal die Klappe, ich muss erst mal selbst hier machen Na Benny? Na Shiki Na Shiki von der 3 die 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 von den Typen genau von dem Typen so denn so ist es so von den Typen kopieren ich hab nochmal und ich hab ich hab nur Geld gehört ich hab mir schon mal weiter gefragt Ich hab mir einfach Geld ich hab mir einfach Geld ich hab mir einfach Geld du bist ein Dich Paul du bist einfach Geld So das fängt an zu ruckeln ich weiß wie scheiße mein skin ist ich hatte noch nicht viel zeit das zu design beziehungsweise lust dazu die hüte da drin nicht töten ich werde keine wehrlosen Hühner töten dass die andere Tiere suchen oh guck mal die Baby-Hühner oh ich kam noch ein bisschen raus Schiki kannst du mir mal ein bisschen Koppelstone geben guck mal die Kiste du kannst dir aber auch Eisen nehmen weil du weg zeigst du willst ne ach Mira ich komme es doch raus die Vokabelstone ist Schikisbauern mit Eisen das ist sparsamer als Eisen Eisen ist eigentlich nur sinnvoll für Sachen keine Ahnung wenn du wirklich mal irgendwas machst was wichtig ist wir haben fast ein Steck Eisen ich bin voll Alben und hab wieder 16 Liger zum Erwetter ja damit ein spielten Schein noch nicht lang ne halbe Stunde ne ich bin länger halbe Stunde ne ich bin länger halbe Stunde ich bin länger halbe Stunde jetzt ne ich hab immer 30 Diamanten und es ist noch ja hat Janik du bist auch da was so ich habe so lange ruhig der schon tot er ist tot muss größen er ist einfach tot er ist einfach tot also ich war nicht kann jemanden kann jemanden für so was wir uns als Verzauungstisch und so brauchen kühl wenn ich habe Obsidian wenn du mir Lava äh äh 2 die es gibt ja wenn ich gib du mir das wie hier nicht bei den Tisch hast du gesagt dass 37 ja wir brauchen mich selber seht ihr mal hier aber aber mein Eisen am Anfang zum Farm nehmen ne und mein Haus zur Produktion nehmen also das ist ja wohl frech auch ich selber ich meine Dias werden bald irgendwann eh wertvoll sein nö werden wir die nächsten Tage schlau machen die nächsten Wochen schlau machen um wie das geht dann wird es eine Farmwelt mit erhöhten Ressourcen aufkommen geben n so ich bin jetzt noch wochen an n 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 kann ich uns nach dem Ziel der Sonnabend weil sie hat diese Geräte Flammenwerfer Feuer ein Jahr langer Verbrauchte Feuer genau und sind so ganz mit der Verhältnisse mit Kuh Prozent Prozent der vier Bein Kopf mit Schick beschreiben mit Kuh und das wird wenn du kannst immer wenn du drauf mit auf das ist immer wenn die Welt ist als du wirklich freuen hast und die auch spielen möchte Prozent Prozent also wenn ich weiß nicht was ich gefunden jetzt du wirklich die die man im Treuze sagten wenn es nicht macht er ist wichtig was und wenn ich meine Freunde und ich bin ich die abfohlen die Schmerz der Schmerz müssen Schmerz Koppel ein Leben was tut sich das Geld Krasse der Pizzer im Auslicht sie will die Hauptspiele von der Brüderung schütt die erste Rösel ist ich habe heute da für den Kopf wenn man das heißt für mich weil ich mich über ein bisschen mit über ein bisschen Kohle nach was er ist drin ja nicht mal kohle nach das ist gut auch steine nachlegen oder das kannst du machen brauchst du nicht mehr kannst du es tun wo es holz da ist treuze ich wollte umsonst gefahren ist kein wiederfahrend egal davon größer ich gehe auf manche rechnen wollen wir bitte nicht in der nähe jetzt heute hause und wir brauchen frei fläche und zu machen wir wollen freie fläche für Leute hier drauf und sie selbst unterbauen dass das jetzt besitzt war aus auch schon zu glückte für die einziehen es ist halt das mieter ja drei händchen Gründer das ab hier 17 Jahr pro Tag wir fangen natürlich klein an das erhöht sich da weiß es so wie nebenkosten es ist die Kiste dabei kalt wie geht aber es ist ein steinvoll das ist jetzt im Ofen auch so die GmbH ein Ziel sind natürlich beschädigt aber das ist ein Liebesitzungssystem Nürnberg dazu das ist ein Wort hat Nein nur gerade nicht wartet Nein die nicht begraben steht die nicht begraben das ist eine Hühnerquälerei-Form eigentlich Du wählst Hühnerknitschke? Ja, dann geh zum Mannwald Ich geh zum Mannwald Ich glaub, ich mein was den richtigen Hat mir einen Leiter nehmen Hat jemand für mich Hat jemand für mich Ich tausche Eisen gegen Dias Schicky, komm mal kurz herunter Ich kann jetzt irgendwas Knitschke machen Ja, warte Ich muss eben Hast du Essen für mich? Hast du es denn selbst nicht mal essen? Auf welcher Schwierigkeit spielen wir Ich geh auf welche Schwierigkeit Forderstück Ich geh jetzt auf meine Treppe eingesammelt Jetzt spielt man da ein Essen Ich hab mir das auf Hälfte Leben runtergemacht Und das ist nicht so gut Kommt ein Creeper macht es Bum Ja, und das hat auch ein Essen, weil Ich kann sonst nicht mehr Farben gehen Das bin ich zu langsam Ich bin dann auch erst in 20 Minuten unten oder so Habt ihr Karotten? Sonst werden wir die anpflanzen Wir haben echt nur Seeds bisher Von so anpflanzen können Ich hab nämlich Schweine gefunden Dann muss ich da hoch dafür für diese Leiter Boah, ist das widerlich Genau, Benni wird unser Ernährungswissenschaftler Das mach ich Mein erster Tag ist, wenn dein Hummerköln wechselt, hast du ein Problem Auch wenn ich das so nicht hinsetzen, ist gerade nicht allzu Und sonst kommt aufgaben An alle knüpfchen ist ein halbes Jahr, hat gesagt Was war ich denn jetzt, ey, ich hab gesoffen Ich weiß nicht, was das war Es hat sich irgendwas wie eine Klinge Ich glaube, meine Mutter hat mir den Wecker geschaut, weil ich gesagt habe, 5 Minuten mache ich aus Ich hasse Treppen, die gehen immer andersrum Ich hasse Treppen, weil sie können sich gleich runterfallen Alter Ich möchte nicht nachvollziehen Hast du Aggression gegen die Treppen? Ja Geht ganz offen Nebe diese nicht aus Das sind Treppen Die haben auch Gefühle Ich weiß nicht, was man erst besorgt, bin kurz vorab knippeln Was ich? Ja, du Ich weiß nicht, wie soll ich zurückkommen Kannstkoordinaten lesen? Ich bin sehr am besten in Jet N Dann kann ich auch kommen Wunder Irgendwo, nirgendwo Es alles weiß Was bis zum Schneebium? Was du denkst? Ich bin so blöd Oh Ist Tag oder Nacht? Bei uns ist Tag Bist du im Schneebium? Nein, noch nicht, ich schau grad, wo ich rauskomme Ich mach mich grad hier hoch, weil ich nicht mehr weiß, warum bin Wenn ja, dann bring genug für zwei Schneeblöcke mit Also nix, okay Also nix, okay Oh Hallo Shiki übrigens Hi, du bist du wieder hier Dann mach ihm eben die Koordinaten, wenn ich keine Auffassung Ich mach erst mit Gott, Hammer, geil Also ähm, wieder da Am besten in Jet, danke Ich hab ihn vergessen Ich hab ihn vergessen Ich hab ihn vergessen wir haben ja nichts zu merken essen für mich oder nicht weil ich brauche etwas trinkt was eigentlich es wird ein flash oder hat jemand eisen für mich ist noch wichtiger eigentlich sich doch in der kiste du brauchst du hier rum in der kiste ist ja was reingekommen nö ich habe richtig gerne platz gefunden am wasser hier im wald immer nochmals für mich Jau müssen wir zusammen schnell Minus 28 und 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 die 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 du selbst alle verbrät ich habe gesagt nicht in der nähe des hauses bäume pflanzt ist nicht mehr er war dabei dann mussten ihn bitterlich entfernt wer baut denn hier steine mit der sache